Wie sieht die Zukunft der Innenstädte aus? Schon vor der Pandemie war dies eine wichtige Frage. Doch die Dringlichkeit ihrer Beantwortung wurde in den letzten Monaten immer deutlicher. Darüber wollen wir sprechen und laden Sie ein zu unserem Online-Live-Event Digital Talk NRW – Zurück in die Zukunft am 26. Mai 2021 von 11 bis 12 Uhr. Jetzt anmelden!